Hier fehlt noch 1% Leiste und dann kannst du wieder von vorne anfangen Jo Ich muss den Snob töten Den Snob? Jo Immer diese Snob 496 Hurra Hacker Was? Jewey, du warst aber bei mir, ne? Ja, ich war gerade da Bist du schon wieder weg? Ja Achso, Schatzkobold war hier gerade Was? Was ist denn das für eine Chance, dass in den Kokons so viele Dinger drin ist? Schatzkoblund? Ja Keine Ahnung Ist auch nochmal Ich bin jetzt auch nicht dran Boah, ist ja nur Kokons machen, ey Ist ja 30% Kobold Chance hier Naja, aber Hallo Die Welt ist eurer überdrüssig Wie ist Hallo? Ich bin gerade neben dem Stimme Achso Ich jetzt auch wieder Hä? Habe ich gerade einen Kokon aufgemacht? Achso Ich mach den anderen Okay Meine Erkenntnis wächst Es braucht noch etwas Zeit Hast du ein Kobold drin? Ja Aber irgend so näher ist wie So So Nächster Versuch Ich muss zurückkehren Nee Danke Konnte ich ein bisschen Atem des Todes fahren Ich habe einen Ring bekommen Ring 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 Ja Pönigliche Dings Ring Ring ist Ähm Ja ist er Normal immer Ich habe noch gar nicht reingeguckt Ich verkauf schon wieder Na, wie sieht es aus? Er hat ihn Er hat ihn Er hat noch nicht aufgemacht Ich bin jetzt dabei Oh Gott, ich war jetzt so viel lud Erstmal wieder aufsammeln Aber die Bücher werden weniger Warte, ich nehme was mit So, das nehme ich mit und das Er hat ihn Ich habe auf jeden Fall einen Ring diesmal Und ein Amulett Er hat ihn Ring des königlichen Bronx Und schon wieder dieses Leoric Und schon wieder dieses Leoric Achja Stream snipen quasi, ne? Ach komm Hey! Ich habe ihn in den Tief am besten Hä, was war das jetzt? Er hat die Armstehung Juhu Finnelli, Finnelli, ich habe sie Das wusste ich Hast es gesehen, ne? Ne, ich habe es vor allem los Wollte gerade sagen, oh scheiße, immer noch nicht bekommen Aber da waren sie Ich kann mir den Arm stehen eigentlich Da gehe ich auf Furchtere Schaden Wie viel Atem des Todes habe ich? Kann ich vielleicht umwandeln? Ich habe 31 Wie viel, ich habe 0 Für alles fehlt mir Atem des Todes, aaaaaaah Und dann gehen wir noch schnell So ein Stück farmen, ne? Ich brauche mich nicht kies Oh, ich brauche schon wieder Dingsbums und Dings Dings Dingsbums Dingsbums und Dings Dingsbums und Dings Warten Hier gehe ich auf Feuerschaden Jetzt hier gleich wieder Feuerschaden Feuerschaden Hallo? Lass da nicht so rein Da 18% Komm, ich will 20, aber Gib mit 20 Ist gleich keine Ahnung mehr Ich will 20 Komm, gib mit 20 Ach, nee, 20, komm Ja auch noch Mach mal, 20, komm Ja auch noch Hey, nee, 20, komm Hey, 20 Geil Was hatte ich hier für, wenn es auch noch den Sockel Brauche ich zum Umwandeln nochmal Ach ja, mehr Atem des Todes Ach, ihr seid schon drin Ja Ja So, laut Profil Mache ich jetzt Pionet 20.000 Schaden So viel Das ist nicht viel Weil das viel ist für mich Weißt du doch Ja noch Du kannst bis zu einer Milliarde Schaden machen Ja noch Ich weiß nicht, ob es mit dem Set ist Ja auch kannst du Geld Ach so, Milliarden machen wir beide schon Naja gut Aber normal ohne Boost kann er bis zu einer Milliarde Schaden machen Geh, wie kommst du? Ich bin auf dem Weg Ich lauf gerade über diese Brücke Über sieben Brücken musst du gehen Doch, ich bin jetzt hier drin Die in dunklen Jahren sie bestehen Was, schon 235 Paragon? Oh Gott Oh Gott Aber einmal auf der Hellschein Was denn, kennst du das nicht? Doch Ja noch Naja Das muss ich in der Schule lernen Das ist voll geil, das Lied Dance Game Was? Ich hab nichts verstanden, was? Fast schon Das hab ich verstanden Dann Du 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 Neid, findet Nemo Schwärmen, schwärmen, schwärmen. Meinz, meinz, meinz. Lol, wie schnell der da unten war. Ja, da war ein Machtschlein. Ja, aber trotzdem. Ich hab ihn noch nicht mal gesehen. Dein Schulterschutz kam da raus. Habt ihr jetzt viel genug? Naja, ich bin nur welches gebrauchen. Ich hab nur 29. Los. Ich hab 21. Es gibt 43. Und ein Witch-Doktor-Health. Ich muss mal gucken, was ich jetzt hier raus bekomme. Ich mach wieder so ein hässlicher Stab. Habe ich jetzt schon mehrfach gar gar nicht. Kann ich zumachen? Oh. Also ich bin draußen. Ja. Ich glaub ich schon. Was ist denn das von Höllen voll? Oder was steht da? Hölzahn. Hölzahn. Oder so. Oh. Ich hab schon. Hölzahn. Äh. Hatte ich nicht noch was, was ich hier auch hatte? Oh, jetzt habe ich schon zwei Teile bekommen von dem Speedset. Ja. Hier ist nochmal das, was ich anhat. Äh. Essenz. Habe ich hier vor noch irgendwas drinnen liegen? Anhoi. Anhoi. Und Heiliger. Ja, das ist so. Auerteil. Und Schuhe. Und Schuhe. Ja. Ich fragte ich ab sofort immer. Du musst aber schon ein Küsse aufwauen, dann müsst es sechs Sekunden warten. Und sogar eine Winterrose Und Schwul-Sauber Jeder aktive Skelett-Marke Erhöht den Schaden von euren Dienern Und Armee der Toten um 1000% Bis zu einem Maximum von 4000 Armee der Toten, ja Gut Dann brauche ich jetzt dringend Also Ja, genau Kreis von Nailu Äh, warte Ich glaube, den kannst du gerne Musst du schon einen neuen Charakter erstellen Und dann, ja, fuck Das sind Punkte nach Wo ist denn hier, Old? Ach da, nee, da war Ah, warte Hm Oh, mehr Rüstung Genauso wie Schaden Was, so gut Blutsplitter Blutsplitter hast du? Oh, 300 noch was Warte, 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 warte Noch nicht ausgeben Okay Alles ist möglich Oh, guck mal, was ich jetzt bekommen habe Als zweite Waffe Das ist doch nicht wahr, alter Was denn? Morgen denn rum Ja, aber warum? Weil es bald morgen ist Ja, aber ich habe es Oh, ich habe es ewig lange gebraucht Und jetzt kommt es gleich nochmal an Geschichten Nee Crossner und Gamble Ich will mein Bogen nochmal haben Als Necro Verhalte ich den nochmal Ich kann damit eh nichts machen Weg Na ja, am schlausten wäre, wenn du schnell Blutsplitter voll machst Den neuen Necro stellst Und dann bei Cadala der Ringel geben willst Okay, aber ich kenne doch jetzt auch Ringe Ja, aber du hast da Die Schock, also Da der Ring für Level 11 ist Und du mit Level 1 nur Sachen generieren kannst Von 1 bis Level 16 Ach so, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich höher Richtig Na, der macht das doch fix Geht ihr raus, macht ihr Necro Und dann lauft man wieder Ähm Große Große Die ganzen Viecher gerade alle mit mal gestorben sind Das machen wir Wie schweben, schweben Hop 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 wenn er das mit den ring macht gehe ich noch mal ein kleines ein bisschen atem des todes ich will mal gucken wie viel schaden ich mache ich kann mit einem neuen charakter ja noch gar nicht join ach so ist ja 12 ja gut denke ich raus steht hier nämlich gerade das geht ja nur bis 6 9 8 mal rausgehen muss nur kurz jetzt nicht du 6 6 juniors habe ich auch nicht links überhaupt noch wenn ich jetzt bringe weil nur du guckst dazu ich meine meine stream wegen timen geht dann hoch und dann bekomme ich erfolge aber mehr auch nicht da steht übrigens drinnen um twitch partner zu werden warte mal das muss ich dir mal vorlesen das ist so übertrieben witzig der sport schiebt uns war das glaube ich genau weg zum partner drei antwort drei anforderungen gibt es mir insgesamt 25 stunden ich habe jetzt 87,45 ich habe jetzt zehn heute wird es mein elfter habe im durchschnitt 75 zuschauer ich habe den durchschnitt 6,99 also ich hatte jetzt kein ring dabei dann wieder umlagen aber ich brauche kurz paar minuten pause wir können dabei keine ahnung kleine rifts laufen und kies sammeln ja gut kannst du machen aber ich kann das mit dem charakter hier nicht ja du nimmst auch den anderen charakter muss ich jetzt hin und her wechseln mit dem sammelst du ja jetzt nur den ring ja du würdest ihn ja jetzt nicht leveln wenn wir da jetzt rein laufen dann bist du level 23 schon wieder anderen blut ich weiß so ich bin wieder da 442 schon am zweiten tag letztes season da hatten wir in der letzten woche angefangen oder in der vorletzten woche da war ich 400 paragon level am vierten fünften doch also diesmal komme ich definitiv schneller zu den 800 paragon level aber bis level 500 geht sowieso mehr schnell naja so geht schnell guck mal du bist ja jetzt auch schon wieder 200 236 ja und ich muss immer noch den solo laufen christian baut hin wie viel schad macht's wenn du machst jetzt 322.000 das müsste auch reichen meinst du probier nochmal gut denke ich noch mal raus und sockel sockel vorher kann ich nicht so nicht du hast doch noch in der brust nichts drin jetzt weil es auch nicht die richtige brust ist ja aber du kannst ja erst mal nur dass du da 20 abschließt dass du deine nächsten z teile bekommst kannst du ja was sockeln du kannst es ja dann nachher wieder entzocken genau dafür habe ich keine steine du hast keine blauen ich brauche gelbe aber blau dann hast du mehr widerstand denn lebst du ein bisschen länger und hau dir mal irgendeine waffe in den würfel dass du irgendeinen bonus mehr hast geht nicht habe keine art und das ton ist so oder doch hatten wir gerade mit solchen da war irgendein irgendeine waffe also nicht irgendeine die effekt hat verständlich aber weil sie nicht abklingen zeit gehen runter oder mehr schaden oder was weiß ich dann die könnte ich hier vielleicht gebrauchen ich glaube mal fix ein kleines ist ja nur 6 oh meine w-taste ist schon ganz rund die ist schon ganz wund jetzt geht es rund mit dem jungen hund ok guck mal ganz kurz bei mir am stream ganz normal angriff 345 million 600 million so ich habe jetzt 45 million 600 million 800 noch was million 303 gott was hast du denn da und ich ganz normal an wenn ich damit angreifen würde das wird um 13,8 siehst du ich habe nicht mal boost aktiviert hier ok toll jetzt hatte ich eine waffe die kann ich aber nicht umwandeln die hat ein effekt der nicht effektisierbar ist effektisierbar überhaupt nicht wort vielleicht jetzt schon ich schreibe ich schreibe morgen nuten an den gittert ok ich drücke gerade echt nur die maustaste voll geil voll entspannt man sehen ob ich diesen effekt nutzen kann würfel komm her ja den effekt kann ich nutzen gut die macht der 3 schlechter jetzt halbberohren schlecht da habe ich auch schon sechs aufgaben fertig so und eins ach so ist doch gar nicht drin ok bin noch gar nicht drin bin jetzt auf weg das war stufe 20 nicht dass ich falsch reden geht das solospiel großes stufe 20 ja wenn ich das hier fertig habe gehe ich mal ganz kurz alleine in 70er rein wenn ich das habe ich bin gerade im 20er noch mal ein bisschen schneller wow durch meine rüstung hat mein skelett krieger so eine power gerade bekommen der macht fast alle one hit ja siehst du locker easy dafür muss ich aufpassen der verbraucht mit einem angriff sofort meine komplette essenz ja weil solange alles weg kloppt ist ja aber erst bloß für 30 sekunden oder 20 da danach muss ich meine dings wieder auflagen dessen auch wieso guckt das sind jetzt hallo ein drucke doch mal was ist los warum ruckelt das ich weiß ich ziehe zu schwarium mit 9 die explosion laufen hinter den jetzt so gestiegen nicht in ordnung jetzt warum ich hab hier vielleicht maximale fps von zehn steuerung 59 das ist schon besser jetzt wo geht es nicht rein die source denn so komisch von diablo oder was keine ahnung ich glaube dann mal ganz kurz zu 70er alleine was mache ich ja auch gehst du raus oder soll ich raus vielleicht wolltest du noch mal zurückkommt jetzt gehe ich nicht nur nehmt fast schon ne kommt zurück die warte ne 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 ähh starten immer hier diese ehrwege gibt wenig so viel geht es hier lang karte dennoch die karte nicht trotteln doch so 70er portal let's try that shit also momentan komme ich gut durch ja ich muss ich habe momentan eher das problem dass keine richtigen gegner dafür auftauchen das war bitte nicht mit dem gift schießen danke bitte ja es dauert ein bisschen aber ich komme ganz klar eigentlich ich mache auch also das ist viel zu wenig da aber die elite dauert schon ein bisschen aber ich denke du bist mir noch schneller fertig als ich mit meinem mal sehen wenn ich nicht sterb nicht da rein nicht da rein gut uiuiui hier geht nichts zu ende auf zu ende zu sein nein du bist nicht verwundet das bildest du nur ein ich wundere mich die ganze zeit woher der gift schaden hier kommt die gift für zu aber die mache ich ja selber du bist eine elite ich muss dich töten 499 nachdem man nicht von der zähl nachdem man nicht von der zähl na los wo seid ihr elite hier ist eine na ich will gerade nicht so viele haben ich ja so schnell kugeln sammeln was bist du für ein philo und verbindung jetzt sind wir alle miteinander verbunden wieso kommt denn jetzt noch eine elite komm so unfair okay wir sind jetzt genug elite auf einem haufen und kommst klar ja ne ja ich hab gleich ich brauch noch eine elite finden oder genug gegner dann hab ich sogar den portal wächter vor mir und kommst klar ja ne ich hab gleich ja auch so du bist schneller fertig mit deinem portal als ich mit meinen portal ja ich hab auch gerade einen ähm 8 strallen gefunden landformer achso ok hallo full fake ja ich würd sagen ich hab so knapp 70% juhu ich hab solo down guck mal hier urschi wir gehen jetzt spazieren aber das ist wenigstens gut jetzt kriege ich meine steine auch selber aufgelevelt toll ich hab natürlich die steine alle noch nicht die ich brauche außer einen ja dann level dir noch erstmal kann ich nicht hat nur 70% ich hab immer geschafft ne das ist sechste teil kannst du den ring an im cube packen ich muss zurückkehren wenn du ihn hast glaub ich könnte sogar 73er laufen meinst du ja 75er ist ein bisschen heftig glaub ich so mal gucken ach Gott der hat 3 Millionen Leben und ich stirb noch da 96% also das kleine gekräusel das geht schnell down auf jeden fall kleine gekräusel oh kanalisieren kurz vorm boss nice oh hart das ist gut kann ich macht haben kurz vorm boss das wäre top jetzt wird aber nicht unverschämt nur bis jetzt hatte ich alles außer macht und eile pass auf jetzt kriege ich alle vorm boss Hedricks Geschenk ins Inventar legen na siehst du jetzt das ist die nächsten set sachen ja jetzt kommt Beinschutz und Brustschutz ja kommt danke jetzt habe ich das set komplett uuuu nur noch hoffen dass der Brustschutz jetzt auch Sockel hat jaaa hat er immer ok ich habe noch nicht wieder von den Horatrim gehört die wir nach Skobos geschickt hatten Skobos ist ein gefährlicher Ort wieso springt der denn dahin wenn ich sage er soll woanders hinspringen von unserem Orden schaden erlaubt jeder von uns kennt das Risiko Tyrael aber wir glauben fest an die neuen Horatrim und ich bin bis jetzt noch nicht einmal drauf gegangen also noch nicht ich bin bei 34.000 Leben aber ich hab's und ne Windrose oh die bräuchte ich hm ok ich bin gestorben ok ich dachte ich knall den Gegner noch ganz schnell weg weil der Boss gleich kommt da ist es ja nämlich da ist es ja nämlich und was ist das für ein Stein ein der Schild ist ne ja ok das ist auch nicht schlecht ganz geil wo auch wo auch 501 und ich kann es total noch zu machen jetzt bräuchte ich nur echt mal langsam die Windrose oder diese einen komischen Ringen in Sockelform damit ich auch mal meinen Stein nutzen kann wieso kann ich gerade nicht angreifen weiß nicht kein Haus hast doch hatte ich ich habe normal angegriffen hey sogar eine Rungenschaft vorgestellt schon mhm ach für die nächste Dings gleich ja super ah seh ich schon die primal Handschuhe Level 453 ok ich sag schon wir schaffen das heute noch mit 500 warte mal greife ne greife die vielleicht besser nein die sind nicht besser unerschöpflich ertrank der Angst lässt Gegner innerhalb von 12 Metern für 3 Sekunden die Flucht ergreifen das ist auch nicht schlimm es bringt mir halt nichts ok also nicht ok aber ich werde es trotzdem immer behalten ja gut ich bin geschafft Manticore den wollte ich mir noch aufheben für das Matador Set das lege ich mir mal das lege ich mir mal dahin nein das lege ich dir das ist in dieser 2 3 j um aku Murat liebt Kadala. Okay. Möchte ich mir jetzt noch einen Ring holen oder sowas? Ach ne, Waffe wollte ich noch mal gucken. Vielleicht bekomme ich ja meine Waffe noch mal besser. Ne, 613 Millionen, ich hab bald die Milliarden voll. Hurra!